schmörgl schmörgl Joe leute ich bin gerade fett meine Base am chillen und hab heute fett Geburtstag und so und Herr Rhodes hat mir ganz besonderes Geschenk gemacht Altersschwede ist das warm. Bei der Hitze habe ich noch keinen Punkt gehabt. War doch gut, oder? Das Video wird noch ein bisschen dauern, weil das Kostüm auch noch ein bisschen Feinschliff braucht nur so. Aber es kommt. Es kommt sicher. Irgendwann. Weg, 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 weg! Scheiß Kapuze, Alter! Jetzt war ich gerade bereit. Hi!